Mit dunklen Zähnen fühlt man sich manchmal gehemmt im Umgang mit anderen. Man kneift den Mund zu, wenn man fotografiert wird. Und man ärgert sich immer wieder beim Blick in den Spiegel. Das Problem ist, wenn man nichts dagegen tut, werden die Zähne im Laufe der Jahre immer dunkler und dunkler. Aufhellungsmittel aus dem Internet und dem Drogeriemarkt lösen das Problem nicht. Damit dauert es lange, bis die Zähne etwas heller sind und sie werden bald wieder dunkel. Im schlimmsten Fall schädigen sie sogar die Zähne. Mit Powerbleaching in unserer Zahnarztpraxis werden ihre Zähne in einem einzigen Termin wieder strahlend weiß. Sie fühlen sich damit sicherer im Umgang mit anderen. Sie können endlich stolz ihre Zähne zeigen, wenn sie fotografiert werden. Und man wird sie immer wieder auf ihre schönen weißen Zähne ansprechen. In einem Satz, mit strahlend weißen Zähnen wirken sie jünger und attraktiver. Wir konnten schon viele Patienten mit einer professionellen Zahnaufhellung glücklich machen. Für ein erstes Kennenlernen. Für das Hochzeitsfoto. Für Bewerbungsgespräche. Für den Kontakt mit Kunden. Und für alle anderen Anlässe, bei denen schöne Zähne wichtig sind. Powerbleaching in unserer Zahnarztpraxis ist sicher für ihre Zähne. Es dauert nur 1,5 bis 2 Stunden. Danach können sie der Welt ihre strahlend weißen Zähne selbst sicher zeigen. Gönnen sie sich doch das gute Gefühl schöner weißer Zähne. Rufen sie uns jetzt an und lassen sie sich beraten. Wir freuen uns auf sie.